Moin, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um die CDU und was sie gegen den Klimawandel zu tun gedenkt. Auf der Seite der CDU steht, dass es um, Zitat Anfang, die Bewahrung der Schöpfung geht, Zitat Ende. Und das gelingt durch das Klimaschutzgesetz. Und in diesem Klimaschutzgesetz steht ja, dass die Emissionen bis 2030 um 65% reduziert werden und bis 2040 um 88%. 2045 will man dann letztendlich Treibhausgasneutralität erreichen. Außerdem hat die CDU erkannt, dass man in manchen Bereichen mit den Emissionen nicht auf Null kommt. Mir fiele da jetzt spontan die Industrie und die Landwirtschaft ein. Und deshalb, und das ist wirklich Neuland, will die CDU in die Forschung zur Erzeugung von negativen Emissionen investieren. Mir fiele da jetzt CCS, Carbon Capture Storage ein. Da zieht man wortwörtlich Emissionen aus der Atmosphäre heraus und speichert sie dann in tiefen Gesteinsschichten. Und unter anderem könnte man dann damit 2045 die Netto Null erreichen. Außerdem steht im Wahlprogramm die Forderung nach einem Emissionshandel für Mobilität und Wärme drinnen. Emissionshandel bedeutet, dass eine CO2 Grenze vom Staat festgelegt wird und der Staat verkauft dann Zertifikate, welcher der Firma das Recht gibt, eine Tonne CO2 auszustoßen. Und das soll eben auf Mobilität, Wärme und Schiffsverkehr ausgeweitet werden. Ach ja, und die Einnahmen will man in Form von Stromverbilligungen zurückgeben und die EEG-Umlage abschaffen. Des Weiteren will man einen Carbon Leakage Schutz implementieren. Auf Deutsch eine derartige Regelung verhindert, dass sich Unternehmen in Ländern mit niedrigeren Klimastandards absetzen. Und der Carbon Border Adjustment soll auch eine Verlagerung der Emissionen verhindern. Die Union schreibt in ihrem Wahlprogramm auch, Zitat Anfang, wir werden den Ausbau der erneuerbaren Energien entscheidend voranbringen, Zitat Ende. Das geht von Sonnenenergie bis Geothermie und diese sollen gefördert werden. Außerdem will man in die Forschung von Speichermöglichkeiten investieren, denn wenn es dunkel ist, dann lässt sich mit Photovoltaik nicht viel gewinnen. Dafür lässt sich mit Wasserstoff was gewinnen bzw. eher was vermeiden, nämlich CO2. Deshalb möchte die CDU die nötige Infrastruktur bauen, denn das Zeug ist auch für die Stahl- und die Zementindustrie wichtig. Dazu heißt es auch hier wieder Forschung, Forschung, Forschung. Auch in dem Bereich Entsorgung will man die Kurve von einer Wegwerfgesellschaft zu einer Kreislaufwirtschaft hinkriegen. Dazu will man Anreize bieten. Welche? Kann ich nicht sagen, das wurde im Wahlprogramm nicht weiter konkretisiert. Des Weiteren will man recycelte Produkte fördern und Exporte von Kunststoffabfällen verbieten. In Asien entstehen nämlich gerade regelrecht Müllberge. Die Union will außerdem die Wälder wieder aufforsten. Aufforsten klingt jetzt so nach Monokultur. Ziel soll aber ein klimastabiler Mischwald sein. Gut, fehlt nur noch ein Bereich, nämlich die Mobilität. Da will man auch investieren, insbesondere in die Schiene und den ÖPNV. Außerdem sollen die Güter wieder von der Straße auf die Trasse. Das hängt, schätze ich mal, mit der CO2-Bilanz von der Bahn im Vergleich zum LKW zusammen. Da die Bahn Krach macht, gibt es dazu noch Lärmschutzwände. Was die Mobilität betrifft, war das diese Fahrverbot und das Tempolimit immer mal wieder Thema. Und das die letzten Jahre über. Die Union ist gegen beides. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe übrigens im Wahlprogramm der CDU, das ich euch verlinken werde, nichts von einem Abo-Knopfverbot gelesen. Also abonniert bitte den Kanal Politik Verstehen und lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ach so, ganz vergessen, ich hoffe, das wirkte jetzt nicht wie eine CDU-Werbung. Ich werde natürlich auch die Wahlprogramme der anderen Parteien vorstellen. Und das voraussichtlich nächste Woche.